Da hat's nicht auf dem Ast sein Ich seh's grad in der Wiederhole Wie kann ich das Ding nicht gesehen haben Was ist denn das? Das war grad Deutsch Ich hab mir kein Wort verstanden Er leckt mal wiederum Er backt Er hat einen Back Er ist der Back Wiederholung Ich bin dabei Damit ihr mal eine faire Chance bekommt Ich hau dich gleich raus Wir haben doch gewonnen Was willst du eigentlich? Was? Wir haben doch gewonnen Ja eben So diesmal nehme ich mal eigenes Moped Ich sag doch, die haben doch gewonnen Weil Deutsch doch, damit ihr mal eine faire Chance bekommt Ich brauch mal ein Tempo Aber ich müsste jetzt extra ins Bad latschen Wo bist du denn von mir? Tempo Tempo Ich brauch 9 OB Komm in meine Weste, mal gucken, ob er es bringt Ich hab auf die Reaktion gewartet Ich hab mich gefragt Warte, reagiert der erste Deswegen fährst du Deswegen ist immer halt wahrscheinlich so schlecht Wir haben unsere Tage Das kann's sein Hm, genau Servus Kein Läuber mehr da Bereit Ist die selbe Stellung wie vorhin war? Selbe Stellung? Die selbe Aufstellung Aufstellung Ich hab bloß Stellung Du hast wieder Stellung verstanden Das war mir klar Komm mal Komm mal, ey Wehe echt Ich glaube ich muss mal die Ansicht wechseln Es geht so gar nicht Muss man gleich mal gucken Chris Ich bin ein bisschen erschrocken gerade vor dem Scheiß Ja, sehr erschrocken Cool Was ist mit mir jetzt schon wieder? Was hab ich nicht schon wieder gemacht? Erst sagt er Chris, dann sagt er Crazy Ja, ich steh zu euch allen Nächst mal zu Onkel und Blue Der wird jetzt richtig durcheinander sein Ist er jetzt gerade irgendwie geworden Ja, weil ich bin fast mit wem ich im Team bin Wie er direkt hin hochzieht, ey Äh Du wart erst mal, bis ich auch nicht Speed drauf hab Sonst Ist nicht so wie beim Motorrad Da fällt es nicht runter Versuch jetzt mal mit der Ego-Perspektive Bin ich auch nicht schlecht Geht eigentlich, ne? Alter Es rasselt schon wieder hinter mir Oh, hier, ey Die ist schon wieder Gatling Zögel Okay Dodge Dodge Der hat dich schon wieder weggedudget Scheiße Oh nein, ich bin voll einer Lightplank Wo ist mein Moppet? Nein, bitte nicht Wo ist mein Moppet? Mein Moppet ist weg Mein Moppet ist weg Crazy, mach keinen Scheiß Ups Was? Ich hab's gesehen, Alter Das war Arsch, ging ab, Alter Ach, da fliegt ja einer Ich hatte schon mal knappere Geschichten Ach, das war echt schon Ja, das ist ja zugegeben Da war schon echt ne Hausmarke Oh Mann, ey Immer der Letzte hier Und ich krieg wieder alt auf den Sack Blue ist gerade weggerannt vom Motorrad Bam, war er weg Irgendeiner hab ich erwischt Erwischt Ja, ich hab bloß gerade die Rakete noch neben Blue-Aid schlagen, sehen aber was Aber das seh ich nix mehr ab Ich brauch zur Flügelstung, jetzt Oh Oh nein, das gibt's doch wohl gar nicht Was ist denn? Was ist denn? Durch den Ausfuhr, Auto und Fall gestorben gerade So kann man auch gewinnen Ja Wer war mit Crazy noch kolladiert, oder? War das nicht echt knapp? Ganz knapp, Alter Ich hab's gar nicht gesehen Scheiße, Alter Ich fucker je, Alter Normal? Können wir ruhig normal machen Bin dabei, Alter Ey, das sah aber aus, Alter Wie du das ganz knapp vor mir hochgezogen bist, Alter Ja, aber wenn man das Gut, wenn man jetzt hier der Dings ist Der Flüchtling sozusagen Mach mal Tränen und Wände da oben Das sieht ja auch Nächstes Mal vielleicht Na ja Tränen und Wände, egal Sag mal, Onkel Ja, irgendwie Ich sehe, dass wir mal ein Maschinengewehr benutzen Das ist sonst auch noch nicht gekommen Du meinst Interaktion? Weil Deutsch Der ist hinter mir Maschinengewehr raus Bald bin ich weg Ja, aber dieser Gatling Das ist echt fies, ey Kann ich nicht Kann ich nicht schießen Crazy, versuch mal mit der Ego-Perspektive Ne Ja, sieht nicht schlecht aus, aber Wir machen jetzt sowas anderes Weil da hast du Dann siehst du die richtig aus Entfernung Wenn du den Anfug hast Und dann hast du den Gatling in der Mitte Das sieht nicht schlecht aus, aber ist Für den Zuschauer Für den Arsch Oh, sie sag mal so Den abschließen Dafür haben wir ja auch nicht die Zeit, wa? Wir müssen ja so schnell wie möglich ins Ziel kommen Da kannst du nicht nur absteigen Und erstmal hier noch rum Schießen Da musst du auch ein Auto halt rausziehen Jetzt hab ich mal ein bisschen den beiden das schwerer gemacht Aber vielleicht auch uns Scheiße Daran hab ich jetzt nicht gedacht Ich hab keine Ahnung, was du gemacht hast Das ist ein bisschen schwerer Bei uns dadurch auch Das hab ich jetzt nicht dran gedacht Hörst es regnen Hörst es regnen Dafür sieht die Beleuchtung vom Flugplatz geil aus Nachts Da muss ich eh nicht viel so wie ich starte Alter, der Moped jetzt bei dem Regen ist aber auch echt fies, wa? Ja, eben Das hab ich ja gerade gesagt Ich sehe dich Ich sehe dich Ich sehe dich Oh Oh Also ein schwules Boot hat eine Hupe, weißt du Ich bin hoch Ich bin hoch Ich bin den Berg hochgefahren Also ich bin unter der Brücke gelandet Ich bin den Berg hochgefahren Und da stand ich mal kurz zähl Und da kam die Rakete Alter, was war Alter, die Kreuzung Oh nein Alter, wie ist jetzt grad Blut durch die Oh, sie überfährt mich Oh nein Achtung, Achtung, Achtung Alter, Deutsch ist direkt unter mir Alter Tut mir leid Ich wollte eigentlich runter Aber denk ich, oh, scheiße Da unten fliegt ja auch einer Guck Bin grad aus ne Kreuzung auf Die war total zu schnell Ich flieg aufs Maul mit nem Moped Und die KI überfährt mich Und ne Rakete schluck ein Ja, keine Ahnung Ich war wohl tot Und dann Oh, Alter, das ist voll schwer Oh, das ist voll schwer Ah, das ist ein Zug aus Äh, nicht ein Zug aus Die Alter, der Wind, Alter Das zieht ja voll weg, Alter Ja, das ist richtig krass Echt? Alter Ich denke, ihr stört euch nicht Das geht, äh Teilweise nicht Ich hab das nicht gesagt Hier, hier Unser, hier Egoman Egoman? Hahaha Ja, Egomanie Erst bin ich Elbani Jetzt bin ich der Egoman Geil Ego-L Oh, 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 alter Hier fliegt er ganz krass unter wie vorbei Buh priority Aaaaaaah Ach, Alter Ich hab die Kontrolle verlorent am Ende faktiv Undigan Da war ands nur noch einer Alter, das Ding Das fliegt voll komisch, Alter Boah cords Ja, alter, Warum, warum, warum Sind da die Autos da so am Uhr Ich wollt grad sagen Die KI Freaktet grad wieder total aus, Boah affiliation G collectors Yo, wir sehen Pass auf, dass du Strom machst, nein! Ich hab's gut gesehen. Mein berühmter Todesmast. Ey, der muss weiter rechts. Er fliegt links rum. Schaut, als er rechts rum fliegt. Alter, wo ist der, sagt er? Alter, das Ding. Unten auf der Hauptstraße. Jetzt sind wir weiter links und runter auf die Straße ziehen. Kannst mich mal, Alter. Da ist schon wieder einer, nein! Alter, das gibt's nicht! Alter, das Ding fliegt voll scheiße, Alter! Ey, da ist er gut, da ist er gut. Ich sag's aber, da ist einer, nein! Das Ding fliegt so scheiße im Regen, Alter! Das bewegt sich so kacke, weil du unten nach unten und zur Seite gedrückt wirst. Blue. Ja, krass, Alter. Also im Regen ist echt krass, muss ich sagen. Mhm. Im Regen ist echt krass, Alter. Das drückt dich runter und zur Seite und überlegen. Das reagiert gar nicht so wie das Ding ist. Das Geldchen, was man verdient, ist auch nicht schlecht. Ja. 3000, ja. Geht eigentlich, ja. Du wirst nass, du Bainer. So, machen wir jetzt? Feucht. Ja, machen wir was anderes. Sollen wir nochmal einen freien Modus durch nochmal so ein lustiges Rennen machen? Ja, so ein Freaky-Ding, ja. Später haben wir es ja auch. Irgend so ein Honk hat grad aktualisiert. Freihonks. Okay, freien Modus. Du warst du, glaubst du. Oh, jetzt kann ich mein Handy, hä? Wieso kann ich jetzt mein Handy, ja? Oh, jetzt hab ich mein Handy offen. Ich geh ins Internet. Was ist denn das gerade da? Bier, Bierböcks von mir fallen oder was? Ich kann dem Ladescreen aufs Handy zugreifen. Was ist das denn? Mach ich nur das. Feiter's noch oben, wie immer. Höh, Lull? Hä? Hä? Das ist aber neu. Ist das Blaine AFK oder weiter? Hallo? Nee, das geht wirklich. Geh mal ins Internet. Nein. Oh mein Gott. So, ich geh mal Internet. Geh nicht? Nein, nein, nein. Aber das Handy geht. Was ist das? Such den Job. Okay, ich geh ins Internet. Aber jetzt passiert halt nichts. Ja, so komisch. Mann, jedes Mal. Der einzige, der der Bladescreen grad hängt. Mein Handy geht nicht mehr auf. Mein Handy. Guckst weg, Kreis. Hast du Handy im Ladescreen oder was? Hatte ich eben die ganze Zeit. Toll. Ich bin wieder in der Random. Ich hasse das. Mit crazy. Ich bin hier. Ja, in der Schlammkugel da unten. Ja. Schlammkugel. Schlammkugel, Alter. Hä, ich seh dich gar nicht. Bist du bei mir da, Lomi? Weiß ich nicht. Du bist hier drinne. Du bist hier drinne. Oder krass wieder mein ich. Ne, bei mir. Ich bin irgendwie in meiner eigenen. Bei mir ist nicht ein Mensch. Bin komplett alleine. Ja. Ich bin mir Gedanken machen. Hallo? Hallo? Nächster E-Mail. EC-Onkel. Ein Rennen. Irgendeins. Keine Ahnung. Iron Money. Mist. Ich hab gerade eine Garnade fallen gelassen. Hab gedacht, ich fliege noch in die Luft. So, bevor ich rein switche. Oh, yes. Ist das wieder so ein Stunt-Ding oder sowas? Guck mal, da steht sogar 4x4. Also Geländewagen vor allem. Wo siehst du denn 4x4? Das sieht aber eher weniger nach. Achso, da oben. Baby-Long. Nehmen wir Motorrad. Wo Geländewagen? Jetzt haben wir Motorrad inbegriffen. Hier mit Geländewagen. Ja, ich glaub, da hast du Probleme. Ist aber Standard-Einstellung. Geländewagen. Ich nehm. Können wir noch die Cross nehmen. Ja, weißt du, was das für ein übelster Pro ist? Ich bin nicht Pro. Ich heiße Crow. Hab dich ja auch nicht angesprochen. Du dich angesprochen fühlst? Ja, dann... Tut mir leid. Dann tut mir leid. Ey, aber was sind denn diese scheiß Motorräder? Nein, du schimmst wieder den LKW. Ich wollte gerade sagen, Chris nimmt den LKW. Ja. Komm, nimm deinen Müllwagen. Komm, du bist doch der Müllmann. Nee. Ey, wenn schon hat L. Bundy versucht, die Ausbildung zum Müllmann zu machen, aber... Chris war nicht. Grotti, du. Ey, Müllmann ist gut bezahlt, Alter. Ja, aber du bist schrottig, tut mir leid. Eigentlich ist der Job ja nicht mal so scheiße, also. Riecht nur scheiße. Ja, aber der Zusammenhang passt gerade nicht. Was ist das? Okay. Fein. Der Start gefällt mir. Ja. Rick macht Turbo Start. Versuch mal. Meistens krieg ich ihn. Ja, aber guck mal, du musst dann nachher über ne Kante fahren. Danach nochmal über ne Kante. Wißt du? Ich geschafft. Oh, fuck. Also, ich hab einen Kicker gemacht. Ah, gleich tot. Fuck. Zurück. Das kannst du vergessen, du musst dich schreiben. Du musst hier irgendwie hoch? Irgendwie da hoch, aber wie? Oh, fuck. Oh, fuck. Fährt denn hier mit dem Käfer rum? Ehrlich, wie soll ich da hochkommen, ey, was? Was? Zum... Aua. Boah. Es ist aber ganz knapp. Alter, das ist ja schon fast trial hier, was du hier machen musst, wahr? Oh, ja, danke. Wer auch immer das war. In dem Geländewagen. Ich danke. Oh, fuck. Ich hab einen Punkt verpasst. Wie krieg ich den da oben? Oh. Ich komm da nicht hoch, Alter. Ich komm da nicht hoch, ganz vergessen. Ich komm da nicht hoch, ganz vergessen. Oh, ach du Scheiße. Nein, jetzt häng ich hier oben und komm nicht weg, Alter. Nein, guck mal, wo ich häng fest, hier, äh, festhängen. Wo, wo ich... Du bist... Weißt du jetzt, ey, guck mal, wo ich hier häng... Äh, festhängen. Ich geh jetzt mit dem Arschloch an der Dach hin, Alter, ist jetzt kacke. Muss ich nicht hin. Nein! Ach, Mann. Ich glaub, ich muss runter. Ich fahr einfach mal runter. Vielleicht ist er richtig. Ja, ist richtig. Oh, du stirbst echt, wenn du vom... Oh, der mit seinem Scheißgeländewagen. Super nervig. Oh, ey, echt. Mein Gott, ey, jetzt hör doch mal auf. Ja, ey, weißt du, ich... Du nervst. Merkst du es. Häng dich auf, ganz einfach. Darf ich mich nicht mehr aufregen. Nein. Alter, das ist echt ein Trial. Du musst irgendwie über drei Döcher hüpfen hier. Das Blumen mit dem Dings, mit dem Hammer. Jetzt, jetzt, ah, nein, Scheiße, wieder runtergefallen. Ja, da häng ich auch gerade. Du musst irgendwie über die drei Döcher hüpfen. Ich weiß nicht, wie das Deutsch gemacht hat. Der ist vor mir gefahren und das ging zeitig. Zack, 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 war da drüber. Wie ist das denn? Hängst du hier fest, Alter? Ich hab Skill. Mach mal Skill. Wah. Mach mal leid. Ist immer so. Hast du hier so wenig Anlauf nur? Ja. Ach nein, jetzt geh ich hier wieder in der Klasse fest. Hindernisse kommen. Ich komm hier hoch, nicht hoch. Ein Leck, ich trab die Däcke. Weißt du, ich geh jetzt wieder ganz vorn. Bestimmt wieder Deutsch, der Hauptbestimmt wieder über die Ziele. Ich pass auf. Wo ist denn hier der erste Punkt? Man muss hier über die Dächer, aber. Ja. Ach, fast. Kann crazy, ne, Onkel kann es verzeugen, dass ich es geschafft habe, da rüber. Ja. Oh, ich bin hier gerade bei, ähm, wie hieß der? CJ? Auf der Straße. Grove Street. Ey, ich komm da nie direkt auf dieses kleine Pissdach. Dass ich aufs andere rüberkomme. Ich find das Rennen, ey, das hat hier echt gute Jumps dabei. Oh, scheiß, dass grad keiner von euch hier vorne mit ist. Boah, ich spring immer scherp, Alter. Oh, scheiße. Pümmel ich mir hier vorne ein, das geht's. Nein! Oh, da ist, da ist, ey, da ist Blue mit dem Hammer schneller drüber. Alter, das ist zu hart, ne? Oh, oh. Boah, ich spring immer scherp. Du hast mich getötet. Ich hab mich mit deinem Motorrad erschlagen. Ich hab gar nichts gemacht. Jetzt, nein. Ja, genau, das versuch ich die ganze Zeit, Onkel. Aber ich spring immer scherp. Da! Soll ich mal wiederkommen und euch das zeigen, wie das geht? Geht es hier eigentlich nach unten oder sowas? Oh! Oh, was mach ich denn? Voll daneben gesprungen. Ey, was? Jetzt bin ich aber auch grad so blöd hier. Ihr seid alle schon drüber, oder? Kann das sein? Ne, hey. Ach, Crash da hängt noch bei mir aus. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich hier hin soll. Ja, ja! Ich hab geschafft! Nein! Ach, ach, kommt schon wieder ein Sprung. Blue mit deinem Hammer, Alter. Ich find's lächerlich, wenn ihr schon an den Sachen, ey. Ich glaub mir, es kommt noch Schlimmere. Aber ich glaube, dass er mit deinem Hammer gar nicht mehr mitkommen wird. Aber mit dem Motorrad bist du bei den Dingern echt immer am besten. Ich bin total verpeilend. Ich bin im Parkhaus. Auf jeden Fall. Ich bin im Parkhaus. Was willst du denn da? Äh. Muss ich hier lang? Ich muss sagen, es gibt ganz selten Sachen, wo du mit dem Motorrad im Nachtart bist. Zum Beispiel, ich hab mal ein Rennen, da musste man von Mount Chiliad runter. Und das am besten gerade den Pang runter. Und dann, ja, hat der Geländewagen natürlich einen kleinen Vorteil. Ja. Da ist hier Standard-Motorrad-Geländewagen. Och Mann! Ja, Sand King kannst du's bestimmt auch noch schaffen. Aber hier nimmt ja immer lieber, nicht sowas wie ein Sand King, sondern irgendein Schrottgeländewagen. Müllwagen. Ja, zum Beispiel. Müll. Ne, Quisch? Jo. Soll ich mal zu Crashfahren und mal gucken, wo er so hängt, dass ich ihm vielleicht mal helfe? Ne, passt schon. Ich komm schon irgendwie ruhig da. Ich sterb bloß immer, weil ich an irgendwelchen Schildern hängen bleib oder so, weißt du? Total banale Sachen. Ich komm rüber. Ja, ich hab's. Aber ich bleib dann irgendwie an Laternen oder Schildern immer irgendwie hängen. Dann sterb ich immer. Och nö, jetzt kommt hier ein U-Bahn-Tunnel. Ist aber schon cool gemacht, finde ich, irgendwie. Ach Mann. Ey, das ist nervig. Ey, was? Aber das ist hier Trial-mäßig, Alter. Ja, es ist sehr tricky, ja. Auf jeden Fall. Es geht hier ein dauernd ein Tor auf und zu. Dann musst du genau so richtig Zeit hier. Ey, dann musst du einfach nur vor stehen bleiben. Dann ist das Tor auf. Das ist, dass du mal geköcht bist, denkst du dir, hä? Aber mal ganz ehrlich, ich will das Rennen noch mal fahren. Ich will sehen, wie Deutsch hier drüber ganz locker kann. Das war jetzt bloß, hundertprozentig bloß Glück, dass er hier so drückt. Ne, ich hab's ja fünfmal probiert. Das Problem war, einmal war ja, äh, hier Blue vor mir, also, gerade am Abbiegen. Keine Ahnung, was hat er gemacht. Blue kann gar nicht sein, aber bei uns hin. Ey, der war einmal, ne, wer hat denn den, doch, der mit Patriot ist bei mir einmal vorbeigefahren. Einmal ist mir ein Humvee vor die Nase da gefahren. Jetzt muss ich hier Parkhaus hoch. Aber der mit dem Humvee hat doch genauso ein Recht, da drüber zu kommen wie du. Ja, ich meine, der fuhr, er war so unnogisch da vorbei. Ich glaube, der war noch ganz vorne bei euch, hat aber irgendwie einen anderen Weg gesucht oder so. Ich weiß jetzt nicht, was er da gemacht hat. Er sagt ja auch nichts. Hier ist eh ein Stück, da musst du da jetzt viele Dächer übergeben haben. Alter, ich komm hier nicht drüber, das kannst du vergessen. Du bist bei mir einmal vorbeigekommen. Als ich an der Scheißrampe war. Ich springe immer in diesen Scheißhund. Ja! Ich kann hier irgendwie mal zwischen den Garagen hängen, Alter. Ey, das Rennen, ich glaube, ab drei Leuten fängt er an abzuzählen. Ich bin mal weg, ne, das kann ja noch so 20 Minuten dauern, oder? Ja, tschüss. Jo, rein, ja, und. Ich bin im Parkhaus, also. Aua, brech ich. Ja, da ist noch nicht Ende, da kommt noch was. Ja, es kommen ein paar krasse Sachen. Ach nein. Jetzt, 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 ich bin drüber. Ja. Nein, ich bin endlich drüber. Ja, viel Spaß. Alter, was ist denn hier schon wieder los? Ich bin voll vorbeigefahren. Ey, jetzt musst du hier... Ja, aber die Häuser-Dächer, Alter. Ja, die Dächer, die sind viel zu tun. Das sind keine Herausforderung. Was? Dächer gehen, eigentlich. Ja, mit den Motoren, also. Das ist ja keine Herausforderung, wenn man ein richtig schweres Auto holt. Hä? Ich bin jetzt hier länger hängen geblieben als du. Du bist ja immer drüber gefahren. Und du sagst, das gilt Herausforderung, Alter. Was? Na ja, ist so. Ich hab da auch ewig gebraucht, also. Naja, eben. Und das hat doch mit dem Motorrad nichts zu tun. Mit dem Auto hast du vier Räder. Und wenn du da mit einem halben Auto noch aufs Dach hängen bleibst, bist du drüber. Und Motorrad fliegst du gleich auf die Fresse. Ja, eben. Deine Begründung, ich finde es geil auf die Fasse. Nehmen wir lieber Motorräder, grundsätzlich. Dass wir dann die Rennmaschine nehmen können oder sowas. Man braucht schon echt viel Fingerspitzengefühl teilweise, also echt. Das ist echt trialmäßig, jo. Ich finde es aber nicht so schlimm wie das BMX, was wir damals hatten. Damals, 100 Jahre oder wie? Ja, letztes Mal, glaube ich. Letztes Mal haben wir das Jahr. Mehrere. Dieses eine BMX, wo wir da... Ey, wer ist denn, sind hier? Hicke. Crazy ist die Warte, dann ist vorbei. Hicke. 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 Trial. Boah, weiß ich nicht, ne GTA 5 for free. Wollen wir mal nicht Geld bezahlen? Hat sich aber einer was einfallen lassen, muss ich schon sagen. Ich finde es ja auch nicht mal so übel. Ja, ich auch nicht. Teilweise ist es geil aus. Och. Teilweise ist es... Du kannst dich voll auf die Tour bedrücken, da legst dich gleich auf die Fresse. Wo fahr ich denn wieder hin? Oh toll, jetzt bin ich hier... Am Zaun. Ja, Alter, dieser gefickt... Ey, du kommst aber in die Zaun nicht drüber. Was ist denn das? Ja, hinter Zaun hinladen. Genau. Hä, wieso ist da jetzt Crash bei dir? Du musst... Genau das meine ich. Blue ist jetzt da oben schon auf dem Dach. Ich komm da gar nicht hoch mit, es wird zu wenig anlauf. Aber wieso ist jetzt Blue hin? Du kommst da rüber. Wieso ist... Du musst mit dem Motorrad, wenn du übern Zaun willst, auf jeden Fall vorher... Wieso ist denn Crash vor mir? Ich versteh das nicht. Ja, da hab ich mir auch schon gewundert, warum ich später bin hier. Da hab ich mir auch echt schon gewundert. Oh! Das war noch keiner am Ziel. Kann's dir auch nicht... Oh, shit. Ach, nächstes Mal bleibe ich da und helfe euch erst. Das dauert mir sonst auch zu lange an. So, Tür auf. Ich glaube, ich dürfte da wohl nicht da sein. Oh, jetzt kommt hier noch ne Chance. Ich krieg ne Macke. Jetzt bin ich aber wieder, wieder Förder. Äh? Boah, ich fall immer wieder um. Alter jetzt! 50.000 Container. Jetzt auf die Macke oder was? Wieder Adran vorbei. Leck mich doch am... Hinterher. Ich brauch mal einen Lauf. Boah! Ich brauch mal einen Lauf. Ich brauch mal einen Lauf. Boah! Nehmen hier. Ey, geh mal weg hier, Alter. Oh! Ha, ha, ha! Das faul ist doch. Nein! Aaaaah! Und dann spawnst du wieder direkt vor der Rampe. Was dämlich jetzt, ja? Ja, und was toll ist, wenn du jetzt Gas gibst, landest du in einer Ritze, ne? Ja, ja, genau. Das ist so genial, ey. Ich kann dir vorstellen, wie ich das gefeiert hab eben. Ach. Ach. Ich hab schon schwierig gemacht, weil ihr so weit hinten wart. Jetzt hat er ihn angenommen. Oh, 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 oh. Du bist echt, wenn da irgendwie ein Zaun ist oder so, ist Motorrad immer anheben, sonst... Bist du bei den zweiten Containern hinten? Hast du das gleich geschafft? Ne, ne, ne. Ich hab da ein paar Versuche gebraucht, ich hab halt Motorrad angehoben, ne? Dass du rüberkommst. Ich bin schon dreimal gegen diesen scheiß gelben Polar hingefahren, den siehst du kaum, Alter. Der wohl. Scheiß Polar, ey. Och, was denn hier, Alter? Das Ziel, was denn das? Ey, das Ziel ist ja mal der Hammer, ey, wieso ich da durchkomm? Wieso ich da durchkomm, Alter? Wieso ich da durchkomm, Alter? Ja, links runterfahren und dann natürlich die Hindernisse rum rumfahren und... Na, keine Tipps geben hier, ey, keine Tipps geben. Lass uns mal machen hier, Alter. Ey, so hab ich jetzt ja gemacht. Es gibt bestimmt noch einen schnelleren Weg. Ich schlinge nicht jetzt hier durch. Außen auf der Mauer lang fahren und dann in der Mitte reinspringen. aber... ... dazu kam ich ja nicht, weil ich schon, wenn er ganz vorne war. Höhh? Häää? Boah, ich bin durch, ich bin zweiter. Noch mal za failure. Ich hab mich da jetzt irgendwie durch geschlängelt. Kleine Schlange! Alter Ey, mach wieder Trockenficken Auf jeden Ey, ich hab fast 13 Minuten gebraucht, Alter Alter Und er hat 6 Minuten 45, ey Das gibt's doch nicht What the fuck? Alter, das Ende ist ja freaky da Die auch durchgeschlingelt, wa? Ja, ja, ja Der Dodge ist an der Seite rum Ey, guck mal, nächstes Mal fahr ich an der Seite rum, darunter Habt ihr meine Zeit gesehen? Ich bin 1337 Noll Ich hab ordentlich Geld eigentlich, ne? Ja, geht Ich fand's ja gut Nochmal, ich hab voll Bock drauf Ich glaube, ich versuch's einfach mit dem Sandking XXL, wenn er schafft Mit dem Auto, nee, ich mach das nicht mit dem Auto Ich war an der Brücke, also Was, Chris, mit dem Sandking? Kannst du dir das vorstellen? Ich raff das nicht, wie Crash an mir vorbeikam Keine Ahnung Vielleicht 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 im Parkhaus Dass du rechts hoch bist und er vielleicht links hoch Und er zwei hoch fahrt Stimmt, da hatte ich dich vorhin gefragt, äh Ist das hier richtig im Parkhaus? Weil manchmal sitzt man so orientierend Da warst du ja schon vorbei, ja Da war ich schon lange vorbei, ja Und dass du halt da konntest du dir nichts sagen Wie bist denn du doch über die Dächer gekommen? Einfach rübergefahren Keine Ahnung, die kannst du nicht sagen Am besten ist wirklich, wenn du immer Am besten ist immer, wenn du Wenn du kurz vorm Sprung Das Motorrad anhebst Dann kommst du auf jeden Fall meistens rüber Ja, auf jeden Fall ein bisschen nach hinten ziehen Damit das Moped immer ein bisschen Vorne über, äh Richtig Weil du so viele Zäune hast So viele Sachen, die halt Über der Schanze sind Quäschst du da meistens dagegen Der Quäsch Und ich dodge da einfach nur durch Wie, ihr erlebt jetzt Autos oder was? Weil da nehme ich nämlich keinen Motorrad Weil das ist ja schmach so Obwohl, ich weiß jetzt nicht Ob ich nicht Ich glaube, ich werde Ich bin doch kein Auto Ich bin doch nichts Lebensmüde, I'm the out Was? Was war das? Ähm Crashy Crashy Crash ist raus Oh, das ist ein Musiksender, Alter Riech in der Macke Oh, wir haben wieder Musik im Ingame Ich hab schon extra Musik angemacht Vielleicht so eine Langeweile bekam Ey, das ging gar nicht Lerner warum brüllt die gar nicht jetzt ist Kursi Leinblick ja auch nicht hat auch noch keine denn das keine Rücksicht auf Verluste wer wird die Zwangstränen wiederum und er wird jetzt eh wahrscheinlich wieder verschwinden für Kult wahrscheinlich macht er sich einen Kaffee warm oder was doch die Umgebung der Brüder ach du bist so ich hab diesen nur Motorräder genommen dass jeder Motorrad nimmt Barty ich glaub ich nehm die Barty probier es mal mit der Rennmaschine eigentlich nicht mit der Rennversion sondern mit der normalen Barty aber das ist kein Unterschied Leute das wollte ich auch schon letztes mal sagen es gibt keinen Unterschied zwischen der Barty RR und der Barty normal das ist nur optisch das eine hat schöne Plastik das andere ist normal wer hat was gesagt von wegen er letztes mal ab durch da war er ja ja das ist die Rennversion wir haben gar nichts gesagt ja 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 optisch ist es eine Rennversion klar ja weil Chris meinte ja das Ding wäre sogar noch schneller oh das läuft auch auf jeden Fall ein bisschen besser ich fliege natürlich einen halben Meter daneben wäre jetzt ein GTA Rennen würden wir einfach vom Motorrad absteigen und die Leiter hochkraxeln geht schon wieder übelst gut los man muss jetzt ein bisschen Anlauf holen ein bisserl äh 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 warte mal du musst halt beim Springen immer anheben dann klappt das auch Autsch und er hat die Wand geklatscht da muss ich hin jetzt muss ich wieder runter aber ab dem Kovate denn wird wohl nicht weiterkommt ach scheiße bin ich runtergefahren na hier da seid ihr nicht weitergekommen ja weil du immer irgendwie schräg springst da bin ich sofort wieder rüber ey keine Ahnung was ihr da habt ich hab eher gedacht ihr seid hier am nächsten Dach hängen geblieben nö 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 da bin ich durch ja das hier hätte ich verstanden weil da hab ich auch am Anfang immer Probleme gehabt aber ja jetzt bin ich schon wieder hier jetzt ist es doch noch einfach finde ich mit der Krenner Schiene komme ich jetzt auch noch besser durch zack boah fast weiß ich was ihr für Probleme mit manchen Sachen habt boah tut mir leid ey du musst dich jedes Mal neu respawn ey weil du immer hier in der Gasse festhängst dann lass dir einen Vortritt Onkel glaub ich werd sogar noch runter 6 Minuten na na ja na ja na 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 Onkel hat's geschafft scheiße ich bin aber auf dem Rixen da reingeblieben ja aber du hast doch den Punkt schon mal bist doch schon mal bist du schon mal weiter ich bin irgendwie ich hab den Punkt aber obwohl ich ihn doch nicht habe keine Ahnung hingeglitscht oder so keine Ahnung weiß was du meinst ich hatte den Punkt irgendwie nicht äh das war gerade das komische bist du eigentlich im real life auch so arrogant Deutsch nein da bin ich da bekomme ich nur einen auf die Fresse also genau keine Angst frag mich jetzt echt was mit Crash grad ist Schwungstrennung ey ich gucke gleich mal aufs Handy wenn das Rennen gelaufen ist kann gerade nicht im TS gucken deswegen ach shit ey vollidiot oh man ach man ey er ist schon im Team die ganze Zeit oder wie geht das scheiß Tor mal auf hallo hallo das ist doch sinnlos das ist echt sinnlos das ist echt sinnlos da geht das Tor nicht auf linke Seite du musst an der rechten Seite an das Tor ran fahren dann geht es auf hab ich doch ich fahr hier gerade überall dagegen das geht aber nicht auf bisschen Abstand halten dann geht es auch auf wenn du das gegen fährst dann ist es so sicherheit keine Ahnung also mit Rennmotorrad das ist doch sinnlos geht doch mal auf jetzt du scheiße Tor geht nicht auf kannst du vergessen ach das ist doch sinnlos ich stehe jetzt hier vor dem Tor und das Ding geht nicht auf wir gucken ob ich da irgendwie alles noch rumkomme hast du auch mal einen Bug siehste ich bin gerade zwischen zwischen Rampe und Dach gefallen jetzt bin ich tot boah ich bin gerade gegen den Zaun gequasht hey ich bin jetzt tieferweise ach schon wieder ein Zaun ich glaube ich werde meinen Kopf fassen was ist hier los am Samstag wieder losgeblieben ey man 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 was Chris ist online gleich mal in TS reingucken vielleicht ist er in anderen Lobby schon nö aber jetzt habe ich den einen Stunt super gemeistert oh toll ne ich bin in der Pipeline zwischen Zaun und Pipeline gelandet toll nein schlecht ach ich fahr wieder wieder aus dem letzten Fehler nicht gelernt das ist das muss erst aufgehen als das dann das ist mal was offen ich hänge fest in irgendeiner Gasse jetzt gehts hier weiter jetzt habe ich aber die Stunts super gemeistert also die also die Container und den LKW habe ich auf Anhieb geschafft grad da hat jetzt keine Probleme, da muss ich schnell wieder sagen Alter, was du beim Problem hast Toll, Zaun hab ich kaputt gemacht Alleklar Oh, gerade so Nein Man kann hier auch von der Straße ausholen, die Punkte, das ist ja Schwachsinn Deshalb bin ich da hingeglitscht, vorhin Mein Rekord gesprochen hier, ich wollte unter 6 Minuten kommen, hab ich so geschafft Alter Ego, Alter Nee, ich möchte immer eine Verbesserung sehen, wenn ich hier so was fahre, solcher Rennen Nein Ja Ach Alter Ich sehe doch, dass da eine Kurve kommt Und da rauscht volle Kandile Ich hab mich jetzt da voll hingehauen, Alter Irgendwie bin ich vom Motorrad geflogen, warum? Meine Ahnung Weil du es kannst Wo kann man es auch ausdrücken Jetzt hängt er wieder an der Stelle, ich glaub's nicht Und er schafft es bestimmt eher als ich, das kotzt mich doch jetzt schon wieder an Einfach nur Motorrad anheben Nämlich so Anheben Mach es vor Beim Flug Äh, muss ich denn hin? Hier lang Oh Bei mir geht's Tor grad auf, wie geil Ich hab's grad noch so geschafft, wo's Tor zuging Oh, Container, scheiße Hab's aber geschafft Container hab ich geschafft Ja, geschafft Von wegen, bist du auf der Straße unten gefahren, ich hab's gesehen Ich bin hinter dir Nein, ich bin gesprungen und bin dann auf der Straße gelandet Ach nein Ach ey, nein Das ist jetzt schon wieder Okay, ich bin jetzt genau hinter dem Typ, bis rechts Natürlich, Punkt verpasst Ja, und ich bin in die Laterne gerast Mach doch Wo ist es denn hier los? Warum nimmt er denn nicht den scheiß Punkt? Oh, Sau Oh Au, was ist denn hier los? War geschafft Zweiter Platz Ah